Top 10 heute mit den 10 Ländern, in denen am meisten Bier getrunken wird. Prost zusammen! Nummer 10, Luxemburg. Der durchschnittliche Luxemburger trinkt 84,4 Liter Bier jährlich. Schon mal eine respektable Menge. Nummer 9, in Finnland sind es 85 Liter. Ja, in Nordeuropa wird schon mal etwas mehr getrunken, obwohl die Steuern dafür sehr hoch sind. So auch in... Nummer 8, Dänemark. Mit 89,9 Litern jährlich. Viele Dänen reisen mit der Fähre nach Deutschland, weil bei uns das Bier billiger ist. Nummer 7, es ist Belgien mit 93 Litern im Jahr. Die Bierkenner unter euch wissen es, traditionell wird hier Gutes, naja, auf jeden Fall auch sehr starkes Bier gebraut. Nummer 6, im Vereinigten Königreich. God save the Queen, 99 Liters of Beer in the year. Cheers! Die Nummer 5, Österreich. Wer von euch kommt aus Österreich? 108,3 Liter pro Person im Jahr. Da kommt die Kellnerin. Einmal ist es bitte. Nummer 4, Australien mit 109,9 Litern pro Person im Jahr. In Melbourne, Sydney und wo auch immer. Das ist schon recht viel, aber noch nicht so viel wie bei uns. Nummer 3, Deutschland mit 115,8 Litern. Wir sind eben das Land des Biers. Und da stößt sogar die Kellnerin mit an. Die Nummer 2 ist Irland. Diese Säufer 131,1 Liter pro Person. Und im Irish Pub wird gefeiert und getanzt. Doch es geht noch mehr. Nummer 1 ist Tschechien mit 156,9 Litern. Demnach würde ja dort jeder Mensch täglich ein Bier trinken. Ein langt im Bierrausch. Das war's. Auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Das Abo ist natürlich kostenlos. Links gibt's den letzten Top 10 Clip. Und du solltest unbedingt bei Achtung Promis vorbeischauen und abonnieren. Denn da gibt's auch interessante Top-Listen mit mir. Danke und auf Wiedersehen. Und du solltest unbedingt bei Achtung Promis vorbeischauen und bei Achtung Promis vorbeischauen.